Hi everyone and Merry Christmas! Hi Leute, ich freue mich so sehr, dass ihr heute habt eingeschaltet, denn Leute, Leute, es ist soweit, es ist Christmastime. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Leute, it's amazing what Christmastime is. Leute, it's cold outside, the sun is not shining und all so Sachen. Alle werden zu dick und zu fett, weil sie einfach zu viel essen. Ein Grund dafür könnte das hier sein. Das hier ist ein Plätzchen. Das isst man, das backt man. Ich mach das natürlich nicht, ich kaufe die Sachen. Sandra hat das gebacken, es nennt sich Corn Flakes Plätzchen. With Chocolate. And I would euch Mädels natürlich empfehlen, nicht sowas zu essen. Denkt dran, Mädels. Das geht auf eure Figur. Sandra sagte, ich soll das mal bitte probieren. Oh, ich hab ein Kilo mehr auf den Rippen. Leute, Sandra möchte euch beschenken. Okay, sie mag euch wohl. Aber ich sagte, Sandra, stop. Lass mich das mal machen. Denn ich denke, ich kann euch mehr Christmas vermitteln. Denn I'm from America, Hollywood, LA. Okay, guys? So, es gibt Geschenke für einen von euch da draußen. Jeden Adventssonntag. So, ich möchte euch zeigen, was könnt ihr haben, wenn ihr brav seid. Leute, brave, brav, you know. Also fangen wir an mit der Marke. Diesen Sonntag könnt ihr etwas von Spiritual gewinnen. Spiritual ist eine Wellnessmarke und die mag Sandra. Diesmal mag ich das auch besonders. Also passt jetzt auf, was euch erwarten wird. Oh, my God. It's a body lotion. Leute, das ist eine body lotion. Und glaubt mir, ihr werdet diese body lotion leben. You will love it so much. Denn dieser Geruch geht euch nie mehr aus der Nase. Er ist so intensiv und er macht euch so noch mehr sexyness, Mädels. Noch mehr sexyness. Und I love it. I love it. And I know you will love it too. So you need this body lotion. You need it. Okay? Good. And that's not enough. Nein, girls, das war es noch nicht. Leute, jetzt kommt noch etwas von Spiritual. Was ich liebe. I love it so much. It is so adorable. Wahnsinn, Leute. Und zwar ist das ein... Oh, my God. Glitter. It's glitter. Nagellack. Guckt euch den an. Das ist ein Nagellack in Goldglitzer. Der passt so, so gut zu der Weihnachtszeit. Und Mädels, ich glaube, ihr wollt ihn. Denn dieser Nagellack ist vegan. It's vegan. That's so amazing. Und es ist einfach toll. Mädels, glaubt es mir. I'm Cinderella. And I love it. So you have to love it. Okay? So, ihr bekommt noch diesen tollen Nagellack dazu. And you will become a multitasker. That's a base and a topcoat. Für unter den Nagel. Dann macht ihr den Nagellack drauf. Und dann macht ihr den drüber. Dafür ist der. Das heißt, ihr bekommt drei wunderbare Sachen, Leute. Ich denke, das ist wirklich super, 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 super amazing. So, Girls. Ihr wollt das haben. Und ihr wollt that. You wanna have it? You wanna have it? Okay, Girls. No problem. Tief durchatmen. Und jetzt sag ich euch, wie ihr das bekommen könnt. Alles, was ihr tun muss, Girls, ist diesen Beitrag. That video mit mir. Click it. Oh yeah, it's good. You know. Ich mein, hallo, Leute. I'm Cinderella. And I know you love me. But be sure, ihr wollt auch das lieben. Also gefällt und klickt das Video. Und dann ist es schon mal wunderbar. Und dann müsst ihr bitte noch in dieses Video reinschreiben, was ihr dieses Jahr so macht an Weihnachten. You know, guys, I wanna be in Hollywood, LA Christmas, you know. I wanna be firing with all the stars. All the very stars. And I wanna show them my makeup. You know, because it's my Volumen. And my Saxonness, it will be, Oh my God, I think Jesus will love me. Ich drücke euch allen die Daumen und werde in der Zeit diese beiden tollen Produkte angucken. Denn I love it. Spiritual. Girls, listen. Leute, da ist noch etwas dabei. Leute, that's magic. Some magic wipes. Das sind Tops. Und diese Tops legt ihr in Water. Und dann, boof, ist ein Tuch da. Leute, das ist auch noch mit dabei. Aber that's a surprise. Niemand weiter sagen. Okay, good. Bye. 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 Bye.